Wie oft müssen wir an dem neuen Glücksrad drehen, um den neuen Spezial-Skin zu ziehen, Leute? Wir haben hier das neue Frozen-Glücksrad mit einer 5% Chance, Frozen Valkyrie zu bekommen. Das ist der neue Spezial-Skin. Ich habe mächtig Gems aufgeladen, deswegen drehen wir jetzt erstmal direkt 10 Mal. Okay, Turn Nummer 1, Leute, und seltenen Skin nur. Turn Nummer 2, den gleichen Skin nochmal. Und Turn Nummer 3, come on, come on. Immerhin episch. Turn, oh, da war er schon, da war der, oh, wieder einen epischen Skin, Mann. Okay, das müsste jetzt Turn Nummer 6 sein, ich bin schon raus, ich habe mich schon verzählt, Leute. Oh mein Gott, nur ein grüner Skin, hör auf. Okay, Turn Nummer 7 ist das jetzt. Wow, ich habe, da war er schon wieder. Und wir kriegen, wir haben noch nicht mal einen legendären Skin, Leute. Nochmal einen grünen. Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt die letzte Chance. Und wir kriegen nochmal einen grünen Skin. Oh mein Gott, oh nee, einen haben wir noch. Oh mein Gott, es war eins daneben.